weiter geht's mal wieder absolut absolut ja, wir werden hier eigentlich ganz schön ja, wir werden hier eigentlich schüss, wir werden hier die Bordel wie vorliegt Das haben wir auch schon. Ich komme hier nach vorne. Scheiße. Wir sind einfach hier vorne in dem Scheißding. Drei Blöcke muss ich hier rüberkriegen. Aber ich kann die wieder drunter, noch drüber, noch irgendwie seitwärts machen. Ich kann mal hier reingehen. Dann was spinnt sie denn? Drei Blöcke ist zweimal der Aufreligte der Rollstuhl decreases. ...Northin – Krebsky, Vers 숙ыс, so gehen Sie här bei Erkapetern. Drei Blöcke, in der니 War clausl acontece mit der WK. Untertitelung des ZDF, 2020 Jedes Mal kommt man hier aus. Jedes war gutter Mal. Anschließend hier. Was ist denn da durch? Ey, ich hasse den Zug. So ein netter Mann. So ein netter Mann. Vorlichtmaßen. Fuck you bitch, ey. Welter Spass. Ich weiß, wie es ein Rippertal ist. Ich weiß nicht. So ein Rippertal ist. Und so ein Rippertal ist. Oh Mensch. Der Fahrkreuzabfall. Irgendwann ist er ungefähr nach unten. Das ist der Weg durch die Räume, die ich gerade gegangen bin. Schweiß doch gerade nicht, äh, ist doch zu kotze. Das kann man gar nicht sehen. Hier brauche ich mir die Route für. Ich habe jetzt die Karte gecheckt. Das ist ja nicht gelaufen. Das fällt jetzt schon wieder in den Stahlwürttemberb. Das ist schlechte Augenhahn. Das ist schlechte Augenhahn. Das ist ja nicht gelaufen. Das ist ja nicht gelaufen. Das ist nicht gelaufen. Was da ist? Kommt, es tut es gar nicht? Ja, das ist gleich. Oh ja. Komm, mach mal dieses Scheiß ab, erlicken mir doch die Nüsse mit deinem Arm. Die morgen sind ja draußen. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles geht aus, alles Du schwingst das nicht, ich weiss es ... ... ... ... Auch nicht. Motherfucker, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ah, scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Wo können wir gehen? Ich muss an dieser Stelle. Ich traue euch ja mal ganz kurz auf. Sofort wieder da. So und hallo und herzlich willkommen zurück. Leider ist schon das Spiel abgestürzt beim Buchladen. Aber wir waren mal wieder in einem Uhrenraum. Mal wieder. Mal wieder mal gucken. Das ist ja was mit Rot. Ein Ding. Wie ist das hier? Mal wieder. Kann ich das aus? Ich hab keine Ahnung. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. So. Also beim Plus A ist kleiner B, oder? Oder ist A größer B? Dann gilt 0 durch 1 oder 1 durch 0. ABS. Moment. B ist Minus. Redaktion Plus. U ist gleich 0. V ist gleich 0.0.1. Mast ist gleich R und G. V. D. WTF? WTF? Ich versteh's nicht. Woher kommt? Woher kommt? Woher kommt? Wozuher kommt? Kann nicht wahr sein. Das ist hier. Ich war schon in den Augen. Ich mach mich, ich mach mich. Ich achte, ich mach mich. Ich muss es nicht mehr zu sehen. Aber ich muss ja so sehen, dass ich das nicht richtig bin. Moment mal, ich wollte nicht wieder sehen. Ich weiß nicht, dass ich nicht sehe. 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 Ohooooh!! Obwohl schon um März verloren? Bisschen! Oh, guck mal... 7.25! Ich hab' mir gedacht... ...ne Idee, ne? 7... 7... Und das ist vielleicht noch ein paar Jahre lang. 5. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Jetzt? Oh, Baby! Oh, Baby! Aha, oh! Jetzt vielleicht wieder mal hier. Gut. Gut. Legt mir die Eier. Puh, Bitch! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, das ist jetzt so gut. 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 Hup, ho, 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 ho. Scheiße, ach so, wir müssen die Ecke wegnehmen. Ok... Scheiße. Das Scheiß geht kaputt. Ah, fuck. Soll ich mal den obersten wegnehmen? Ah, ist das genial. Du hast recht drauf. So, wo war jetzt mein Herz? 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 HurIP?! Ok... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube es ist eigentlich recht. Das war Lack. Das ist bei 3.5, glaube ich ist Lack. Was spätestens da hinten? Die Dinger fliegen ja gar nicht mehr schnell genug. Ich bin so nah dran an der gelben Kanone, das will ich mir jetzt nicht mehr leben lassen. Aber ich bin so nah dran. Vielen Dank. Das wiederum sieht vielversprechend aus. Ich höre mal, fahre mal zu. Okay. Jetzt ist ja das da. Also musst du schon... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier muss ich lösen. Boah, Alter. Ja, was ist das? Da muss der Hammer schnell sein. Was sieht denn so aus? Ja, hier hat die Tür rüttet. Ja, hier hat die Tür rüttet. So, vielleicht können wir jetzt da abtreppen. Das funktioniert. Das könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das könnte man nicht mal ausprobieren. So, wer ist da bitte rum? Nummer 2. Okay. Okay. So, Nummer 3, aber... Das ist jetzt tatsächlich... Dann... ... quasi... ... oder ist der, aber... ... der Tür rüttet... ... deswegen die Autostriebe- und drüttet sich. Das könnte funktionieren. Fuh, bitch. I've got Fuh. Das finde ich auch geil. Ich weiß, es wird gut funktionieren. 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 Es wird gut funktionieren. Ich weiß, es wird gut funktionieren. Ich weiß, es wird gut funktionieren. Ich kann mal loben in den Kommentaren. Ich weiß, es wird gut funktionieren. 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 Ich weiß. Ich weiß, es wird gut funktionieren. Schauen. Jetzt ist aber eine Spur. Und da wandert sie? Am Arsch! Am Arsch! So, was von am Arsch! Es ist der richtige Weg, aber ich bin ein bisschen dumm mit dem Weg nicht richtig. So, gehört sich dann erstmal schön wieder da. Ah, ja. Und dann kommt es wieder zu sehen, wie es ist. Ich muss noch mal in, wie es läuft. Biuuuu! So. So. Nein, mal. Oh, 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 oh. Ja, oh, ja, baby. Keep on, bro. Canaria. Ach. So. Der Schrank hat nur noch... Ach, Scheiße. Ah, ja, Mann. Oh, oh. Vorletzte Schrank. Ah, ich habe es noch. Glück bin. Ja, der Schloss. Ja. Ja. Oh, fuck you. Ja.